Ich fahre ja ultra selten Bahn, eigentlich nur wenn ich nach Nürnberg zu meinem Heilpraktiker muss und diesmal habe ich euch dabei, weil ich erstens im Hotel Victoria bin, da war ich schon zweimal und bin jetzt am 17.08. wieder da und mache einen kurzen Ortstermin für Technik und so weiter. Zweitens, weil ich mal wieder ins Paul gehe, zum Essen in Paul hatte ich schon ein paar Firmen feiern und drittens, Großprojekt, ich bekomme eine neue Homepage, ich mache mir eine neue Homepage und heute kaufe ich mir ein neues Outfit fürs Fotoshooting. Viel Spaß! Das ging jetzt wirklich schnell im Hotel Victoria, ich konnte leider nicht filmen, da eine Tagung war, ich habe nur kurz reingespitzt, sehr sehr praktisch, der Raum ist winklig, was bedeutet, ich müsste drei, vier Boxen aufstellen, damit man auch die Ansprachen wird, aber sie haben eine Hausanlage mit dem Mikrofon perfekt, also macht mir das Leben einiges einfacher. Am Freitag war ich im Landgasthof Meier zu einer Hochzeit, war ziemlich cool, es war ein gleichgeschlechtliches Pärchen. Lustigerweise sind wir gleichzeitig der AMG Performance-Tab, der Mercedes in der Lassung Nürnberg und da waren ziemlich coole Autos vor Ort. Von der Feierab gibt es natürlich eine Playlist, wie immer geht auf meine Homepage, Link in der Beschreibung, Kontaktformular und schreibt einfach, ich hätte gerne die Playlist von der Hochzeit vom 11. und 5. und dann sende ich sie euch zu. Und das Special an dieser Playlist ist, dass dieses Pärchen war natürlich nie mehr Anfang 20, sondern ein bisschen älter. Es lief Michael Jackson zum Beispiel, 80er Jahre, dann lief Earth, Wind & Fire und Barry White zum Beispiel, die ganzen alten 70er, 80er Klassiker, also wer Bock auf solche Playlist hat, einfach auf meine Homepage, Link in der Beschreibung und ich schicke euch die Playlist zu. Lief doch oder läuft doch, wir haben 20 vor 10, also mehr kann man nicht erwarten, würde ich sagen. Lief doch. Ich freue mich total, den Daniel getroffen und er will jetzt auch durchstarten als Personal Shopper. Und lustigerweise, vor zwei Jahren war die Frau Bärbelin noch da, die mir echt einen geilen Tiger auf Swim verkauft hat, mal gucken, was das Volker dabei drauf spielt. Cool! Also, anfangen! Wieso habe ich die Kamera so weit drüber? Geil! Wir machen weiter! Gerne! So, ich habe jetzt tatsächlich den karierten Anzug, wie es in meinen Insta-Stories beschrieben ist. Den Link zu meinem Instagram-Account findet ihr in der Videobeschreibung. Wie der Anzug dann final aussehen wird, zeige ich euch jetzt noch heute nicht hier, logischerweise. Folgt demnächst hier auf diesem Channel. Ich wünsche euch einen schönen Tag! Ich fahr jetzt raus und muss an meinem Workshop arbeiten. Tschüss! 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 Ich glaube auch zwei Sch